bach hirg 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 hat das schafft werden das Huhn getroffen 8 malo hier kommt gar nichts raus gar nix das ist natürlich auch ein bisschen doof ne so diese Wesen die leiter hochgehen also wir warten jetzt mal kurz hier bis die öfen fertig sind da 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 war doch schon fast ein Stack zusammen ich glaube wir brauchen noch viel viel mehr Cobblestone vor allem müssen wir auch mal wieder unser Feld aber ernten obwohl da geht's doch nicht können wir noch ein bisschen warten ein wenig Zeit haben wir noch ach und was ich auch noch bauen wollte ist mein Baumhaus davon wisst ihr gar nichts ne das wollte ich auch noch bauen ach Gottchen so viel zu tun mir ist ja gerade was runtergefallen aber egal alles nebensächlich so dann nehme ich die Mustersteine in die Hand und werde jetzt die Räume bestimmen boah ne ich werde das noch ein bisschen die Grundmauern bauen aber naja das ist für den Lagerraum aber ein bisschen klein ne obwohl ne das ist so eine kleine Abstellkammer genau so passt das dann schon mal einfach mal so ein bisschen überlegen was zu was passt aber zuerst werden die Grundmauern gezogen die Grundmauern stabilisieren das Gebäude und sorgen für Stabilität wer hätte es gedacht und nun nachdem ich hier keine Mustersteine mehr habe werde ich etwas anderes tun und zwar an etwas weiterbauen was ich vorhin erwähnt habe und der aufmerksame Zuschauer wird es bestimmt schon erraten haben ich werde an meinem Baumhaus weiterbauen beziehungsweise damit anfangen weil ich hatte da so ne Idee hey ich kann doch mein Baumhaus bauen und ja naja das ist eben halt in den Folgen passiert die nicht ausgestrahlt werden weil ich eben halt da nicht aufgenommen habe aber eben halt da schon so ne Stunde lang gequatscht habe und Grupper fick dich Grupper huah 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 yeah 180 to kill Creeper fuck yeah 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 das war richtig männlich der Sprung und so weil habt ihr schon mal einen Creeper gekillt und dann 180 gemacht pfff das nehm ich Skill ne hab ich denn sonst hab ich hier denn sonst noch irgendwas anderes gebaut ich glaube nicht außer diese Gedenkstätte an Bello pfff dann sieht man sie auch oder äh ja eben halt das Dorf ein bisschen weiter aber das war's schon den Rest habt ihr alles mitbekommen das ist schon mal ganz gut ganz gut so also ich werde hier grad voll hungrig vor allem da ich ungefähr 20 cm von meinem Kopf Flips stehen habe ahhhh kommt die Sabber richtig aus dem Mund raus geschossen aber so sah aber aus so wo wollte ich denn mein Baumhaus hinbauen das weiß ich schon gar nicht mehr aber so wollte ich die Stelle sehe kenne ich sie Bello so und hoch mit uns vielleicht hole ich mir irgendwann auch mal einen anderen Hund Bello 2.0 ich erinnere mich ein bisschen an äh die Simpsons mit Lisas Katze die hat ja auch irgendwie äh ist ja auch irgendwie die dritte davon oder was weiß ich oder die zehnte wie heißt die nochmal? Snowball heißt die glaube ich Snowball 4 oder was weiß ich so Aua Mensch dumme Gravitation tut uns einfach weh so Wollte ich da oben hinbauen? oder da ich weiß ich wollte über 2-3 Bäume hinweg bauen so aber ich glaube über 2 waren es aber ich weiß wirklich nicht mehr genau welche waren das wirklich die und ob ihr wirklich richtig steht seht ihr wenn das Licht angeht na gut hier ist jetzt natürlich über Licht und so ne aber hallo Höhle uch hier war ich schon drinnen kann ich mir auch schon gar nicht mehr daran erinnern aber ist ja schon länger her seitdem ich ja wie gesagt auf dieser Map drauf war hua oh 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 ey hier ist ein Hühnchen gestorben nein das hat es nicht verdient das Hühnchen hat es verdient von mir zu sterben hehehehe hehehehe äh ach ich hab mir die Stelle doch auch schon markiert wo ich meinen Baum aus hinbauen wollte ich weiß es waren 2 hohe Bäume die direkt nebeneinander waren hm wieso leckt das denn jetzt grad so ja es leckt nicht aber ich hab weniger Frames komisch liegt das am Wald an dem verzauberten Wald ah waren das die beiden da hinten hua au hua oh ich dachte schon ich wäre hier geübt aus den Minecraft Adventure Maps aber nein obwohl ich glaub hier über dem Fluss war das glaub ich nicht bin ich mir gar nicht sicher ah hier ist Kohle die kann ich auch mal grad mitnehmen ich meine was soll denn der Geiz um das hier einfach liegen lassen soah Kohle 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 heheheheh omnomnom viel Kohle ich bring den Schwuch zwar sehr ungerne aber jetzt hab ich fett Kohle gemacht ne die Dinger waren das doch nicht hier oder ich war doch viel mehr im Zentrum des Waldes im Epizentrum hm Leute Piss dich Piss dich Piss dich Piss dich ah und er ist gestorben Mission complete woher auch immer das nochmal kommt ach ich glaub von Counter-Strike Sauce Sauce ich hab nen trockenen Hals hm hm aber rein technisch könnte ich ja hier mein Baumhaus bauen wobei das natürlich schon achso wobei das natürlich schon sehr weit weg wäre von unserem alten Platz von unserem Dorf und unserem Haus und so weiter und ich weiß ja nicht ich würde ja gerne was so in der Nähe davon haben ne hier war das auf jeden Fall nicht Alter wo war denn das ich will jetzt hier keine 20 Minuten diesen Baumhaus Platz suchen ich würde sagen wir nehmen uns jetzt einfach einen neuen Platz so am Anfang des Waldes und da werden wir einfach unser Baumhaus hinbauen und dann naja dann geht's richtig ab wenn wir ein schönes großes Baumhaus bauen ach das ist ja übrigens Sumpfgebiet stimmt fällt mir jetzt erst auf wieso leuchtest du so komisch hör auf zu leuchten leuchten darf man nur im radioaktiven Wasser und nicht hier im normalen Sumpfwasser oder ist dieses Wasser radioaktiv verseucht dann 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 und nein jetzt mutiere ich Duord Psalm Model da gut ich bin ich politiziert aber ich bin digitiiert oder Evolutioniert denn ich bin jetzt technisch gesehen weiter und so das macht auch total viel Sinn was i hier quatschan ich mache doch alles Sinn was ich hier quatschen da ich sehe Licht Irgendwie finde ich manchmal, dieser Wald müsste noch enger, also so noch dichter sein. Ja, enger. Und ich meine dichter natürlich auch im Sinne von zugepafft. Oder dichter im Sinne von Poit. So, Moment. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter reingehen in den Wald. Da, da ist doch... Das ist die perfekte Stelle, das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihm tragen. Blablabla, blablabla, blablabla. Uh. Hier können wir sogar schon hochklettern. Naja, fast. Vielleicht ein bisschen Glück. Aua. Okay, jetzt muss ich meine Kletterskills beweisen. Aber erst am Brot essen. Nein. Ah, fast. Fast, 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 fast. Okay. Ach, scheiße, diesmal habe ich das nicht geschafft. Verdammt. Ich will da nämlich links hier an die Ranke. Ach, toll, hier kommen wir auch nicht hoch. Ah. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Aua. Gut. Aber ich denke, der Baum ist jetzt ordentlich markiert, dass man den vor allen Dingen in der Nacht sieht. Und wir sehen gar nichts in der Nacht. Ah doch, hier sieht man wieder ein bisschen was. Hoffentlich schaffen wir es zu unserem Haus zurück. Ja, wir haben ja noch eine Eisenrüstung. Das werden wir dann wohl schaffen. Oder auch nicht. Da ist ein Enderman. Da sind zwei Endermen. Und ich bin ein halber Mann, deswegen tu unterhalb mehr hier. Das klingt nicht nach einem billigen Porno. Nein, nein. Das ist bestimmt auch ein schönes Spiel zum Let's Play. Ah, und hier ist noch ein Enderman. Bist du eigentlich, wieso ich Endermenskiller? Oder Enderman-Killer? Oh. Hä? Wisst ihr es, ne? Erratet doch mal. Hä? Kommt schon. Schafft ihr bestimmt. Okay, jetzt ist aus. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht an geht. Und das Licht geht an beider Stelle, weil ich in das End möchte. Na gut, was würde es auch für andere logische Gründe nehmen, äh, geben? Ja, geben und nehmen, ne? Das Leben ist geben, besteht aus geben und nehmen. Ja, aber welche anderen logischen Gründe würde es sonst geben, äh, Endermens zu schlagen? Ich kenn keinen. Oh, oh. Das sind ja Löcher. Ah, aber bald sind wir im Home Sweet Home. Oh, 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 oh. Ich weiß sogar nicht, inwieweit ihr hier was sehen könnt, aber ich werde weiterhin auf Moody spielen. Alleine schon, um so eine gewisse Atmosphäre zu, zu erlangen. Wollte erst mal Brot essen. Nom, 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 nom. Und dadurch, irgendwie, dass ich jetzt hier in Minecraft esse, steigert sich auch mein, mein Real-Life-Hunger, um es so zu sagen. Fuck yeah. Fuck auf deutsche Sprache. Fuck auf, äh, englische Sprache. I speak fucking English, yeah. Aber ja, ist schlafen. Ja. Na gut, dann esse ich jetzt eine Runde und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich glaube, ich lege mich noch eine Runde hin. Naja, haut rein. Ah.